Die Verladung der Dritten von insgesamt 14 Straßenbahnen Millimeter um Millimeter wird die fast 60 Tonnen schwere Straßenbahn per Seilwinde auf den Anhänger gezogen. Nach 20 Minuten höchster Konzentration steht die Bahn nun komplett auf dem Hänger. An den speziell angefertigten Befestigungsbolzen können nun die Schwerlastketten angebracht werden, um eine vorschriftsmäßige Ladungssicherung zu gewährleisten. Nach der Abnahme durch die Polizei ging es pünktlich um 20 Uhr auf dem Weg zur ersten Etappe. Für den Lkw-Transport wurde eine Vierachszugmaschine mit einer Anhängerkombination gewählt. Aufgrund der Platzverhältnisse und eingeschränkten Kurvenradien in den Städten wäre die Fahrt mit einem Sattelauflieger bei dieser Gesamtzuglänge von fast 54 Metern nicht realisierbar gewesen. Um eine besonders enge Kurve zu bewältigen, war es nötig eine Strecke von 270 Metern rückwärts zu fahren. Auf einem Parkplatz wurde gewendet und so konnte dieses Hindernis umfahren werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Ohne weitere Probleme konnte dann nach knapp 6 Kilometern die Autobahnauffahrt zu A4 erreicht werden. Innerhalb von zwei Nächten wurde die 530 Kilometer lange Strecke von Bautzen nach Bremen zurückgelegt. Um 1 Uhr nachts in Bremen angekommen, wurde der Lkw von der dortigen Polizei in Empfang genommen, um ihn die letzten Kilometer bis zum Hafengelände zu begleiten. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Zwischendurch musste immer wieder das Fahrgestell des Anhängers hydraulisch angehoben werden, um Bordsteine oder Leitplanken zu überwinden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Nach einer kurzen Nacht begann sofort am nächsten Morgen das Abladen der Straßenbahn. Nach der Montage der Rampe rollte die Bahn mit Sicherung der Seilwinde vom Anhänger auf die Schienen des Hafengeländes. Einige Tage später legte die Rubiner an, ein 127 Meter langes Frachtschiff, das die Straßenbahn direkt nach Brisbane bringen sollte. Mit Hilfe von zwei Schwimmkrähen und einer speziellen Traversenkonstruktion wurden die Bahnen nacheinander auf das Schiff verladen. Wieder kamen extra angefertigte Bolzen für das Hebegeschirr zum Einsatz. Außerdem musste ein Einknicken der Straßenbahnen an den Verbindungsgelenken verhindert werden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Im Schiffsrumpf wurden die Züge auf Holzklötze gestellt und mit schweren Eisenketten gegen die Einflüsse auf hoher Sicht. Die Züge auf Holzklötze gesichert. Musik 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 Gegen Mittag waren dann alle Bahnen ordnungsgemäß verladen und wenig später konnte die lange Reise nach Australien beginnen. Musik 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 Musik